Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem kleinen Word-Tutorial. Im heutigen Video werde ich euch zeigen, wie ihr bei Word vom Hochformat auf Querformat umschalten könnt und im zweiten Schritt noch, wie ihr das Ganze auch für eine einzelne Seite machen könnt. Das sehen wir hier. Meine erste Seite ist im Querformat mit dem Inhaltsverzeichnis, alle anderen aber im Hochformat. Wie mache ich das? Das zeige ich euch in aller Kürze. Das ist nämlich gar nicht schwer. Da wir uns nun schon im Dokument befinden, wechseln wir vom Reiter Start ins Layout und finden hier den Punkt Ausrichtung. Wenn wir den umstellen von Hochformat auf Querformat, wird das fürs gesamte Dokument übernommen. Das heißt, wenn ich wirklich alles aufs Querformat umstellen möchte, dann sind wir an der Stelle schon fertig. Im nächsten Schritt wollen wir uns aber anschauen, wie ich das jetzt für eine einzelne Seite machen kann oder wie ich das später natürlich auch im Dokument hin und her wechseln kann. Das ist ganz einfach, wenn man das Prinzip verstanden hat. Wir gehen nochmal zurück, denn wir wollen ja alle im Hochformat bis auf eine und nun ist es wichtig, dass wir diese Seiten separieren. Dabei kann es helfen, wenn wir zunächst im Reiter Start hier mal die Leerzeichen anzeigen. Dann sehen wir nämlich, was gleich auf eine andere Seite wandert und was nicht. Jetzt wechseln wir wieder in den Reiter Layout und müssen nun den Punkt setzen, an dem eine neue Seite aufgerufen werden soll. Das ist wichtig, denn im Endeffekt geben wir jetzt eine kleine Struktur in unser Dokument ein. Klingt erstmal schwierig. Ich zeige euch, wie es geht. Hier setzen wir jetzt den Marker hin und ich möchte jetzt sagen, okay, alles, was auf dieser Seite ist, gehört auch zu dieser Seite. Alles, was danach kommt, soll, egal wie viel ich hier eingebe, immer auf einer anderen Seite sein, egal, ob die Seite voll ist oder nicht. Dafür gehen wir im Reiter Layout auf die Umbrüche und dann auf Abschnittsumbrüche nächste Seite. So was hatten wir auch schon mal bei den Seitenzahlen, wer sich erinnert, da war das ähnlich geregelt. Und jetzt sehen wir nämlich auch, okay, das ist auf Seite 1. Hier ist jetzt gar kein Inhalt, aber trotzdem wird alles andere auf Seite 2 ausgelagert. Das ist wichtig, denn wir müssen diesen Abschnitt definiert haben. Wenn wir das jetzt haben, klicken wir einfach in diese Seite mal rein, damit Word weiß, wo wir uns gerade befinden. Jetzt gehen wir wieder in den Punkt Ausrichtung und setzen hier das Querformat. Dadurch, dass das jetzt hier als einzelner Bereich oder einzelner Abschnitt gesehen wird, kann ich das Ganze individuell unterteilen. Und wer das jetzt verstanden hat, der wird merken, wir nehmen die hier mal gerade weg, dass ich das natürlich jetzt mit allen Seiten so machen kann. Ich muss halt immer nur einzelne Abschnitte definieren. Wenn ich jetzt sage, okay, das soll Querformat, das Hochformat und auf der nächsten Seite aber wieder Querformat, der weiß, okay, hier muss ich wieder reinklicken und hier muss ich wieder einen neuen Abschnitt bauen. Dadurch kann ich jetzt hier aber auch wieder sagen, diese Ausrichtung soll im Querformat sein. Und so sehen wir, wie wir das individuell einstellen können, indem wir Microsoft Word einfach sagen, was ist ein Abschnitt für sich, dem ich ein individuelles Layout zuweisen möchte. Klingt im ersten Moment schwieriger als es ist, wenn man sich aber mal im Klaren darüber ist, dass diese Einstellung ja immer dokumentweit ist, außer ich habe einen eigenen Abschnitt, dann ist es eigentlich sehr einfach. Von daher hoffe ich, dass euch das Video geholfen hat und wir uns im nächsten Tutorial wiedersehen. Bis dahin, euer Shavo. Ciao. Bis dahin, euer Shavo.